hey leute und willkommen zu einer neuen runde minecraft bedrocks mit mir den torben und dem flori hallo flori ja leute die ferien sind zu ende und wir können endlich mal wieder ein video aufnehmen und da freuen wir uns alle drüber ja aber genau wisst ihr was morgen ist also von uns aus gesehen morgen ist nämlich dienstag und der vierzehnter dienstag der vierzehnter april 2015 morgen kommt endlich gta für den pc raus leute und wir haben das ja auch schon immer angekündigt dass wir das let's playen werden und bald ist es soweit und ja ich habe mir schon vorausgeladen und das hier ziemlich nice irgendwie bin ich minecraft nicht mehr gewöhnt gewohnt ich habe jetzt wirklich seit ja seit anfang der ferien kein etwas mehr gespielt ja ich habe es letztens fast 24 stunden also du spielst gerade mit dem richtigen loop geil und ja in meinem hintergrund hat sich wieder was verändert ich sitze jetzt im soweit fertig angestrichenen neuen zimmer jedoch sind die möbel natürlich noch nicht da außer man ja 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 krass sagt okay ich habe den bogen gar kein problem ja ich könnte theoretisch jetzt sogar im moment einen halben greenscreen aus meinem gesicht machen weil ich einfach meine aber die wand ist glaube ich schon zu hellgrün ja ich versuche blau zu holen oder macht aus köln okay der hat nicht bemerkt und dann halt nicht jetzt hinterher in den tod gesprungen mann beim nächsten euro ich habe auch normal sind das habe ich aus der mitte da gibt sowas abbeutungen dabei ein ich habe fünf gold gold gewonnen genug gekauft und jetzt gehe ich in der mitte und fiste die ich mag diese mit eigentlich auch nicht so los geht aber was ich nicht mag ist wenn du über unseren weg sprint ist dann färbt sich der untergrund immer blau schwarz ich hasse das ich krieg davon immer augenkrebs ich weiß ja vor allem die bettposition der blaue kommt scheiße gar kein problem okay jetzt bei dich ich komme aber du kannst sie da runterschießen das ist aber gar nicht problem ich will ja man hätte einen schuss gewollt egal da konnte nicht mehr kommt wir schauen was trotzdem noch das gar kein problem kommt wir gehen jetzt in die mitte holen uns ein bisschen gold ja ich bin wahrscheinlich der 1 ja ja kein ding habe ich und jetzt will ich mir gerade den nächsten blauen der in der mitte war und sich gedacht hat er könnte uns schon mal ein bisschen belagern hat er falsch gedacht gold komm her gold hätten wir immer gebraucht aber jetzt jetzt brauchen wir es noch viel dringender ich werde mich jetzt mal an das bett von team blau machen weil die mir einfach auf den sack gegangen sind durch diese scheiß aktion ich will nicht alleine hier überleben müssen doch musst du musst du wollen wir nicht erst auf blau äh gold sammeln oh er hat mich gekickt also nicht komplett ne keine oh da ist ein roter in der mitte ähm jetzt hab ich ein bisschen angst scheiße jetzt kommen die von zwei seiten die sackgesichter ey das sieht voll lustig aus wenn man so minecraftfiguren aus der ferne zusieht wie die rennen hinter dir ist ein blauer ne wirst dich also nicht hören moment gelb ist noch zwischen was ist dir aufgefallen mir auf was soll mir aufgefallen sein so wenn wir in unser bett mal getötet wird dass wir dann fast immer nicht sterben also nicht rausfliegen ja weil meistens wird unser bett meistens wird unser bett so getötet direkt am anfang dass er einfach nur eine spitzhacke dabei hatte und sonst sind wir einfach gut und später im verlauf töten wir unser bett nicht mehr töten wir unser bett nicht mehr gute 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 taktik floh ja ja aua der hat mir richtig weh getan der hat mich richtig verletzt in meinem innern oh gott ja ich das ist jetzt gerade eine dumme situation muss ich sagen weil der ok ja ist eine blöde situation gerade ok ich trinke nicht oder so ach shit jetzt kommt er noch ach komm ja ich werde jetzt drauf gehen floh aber damit müssen wir halt man muss halt opfer bringen um ähm ja weil speed 1 bringt es noch zu spinnen ja der eine holt sich das da oben ja trotzdem werde ich meinen opfer bringen müssen überlebt überlebt ich versuche dahin zu kommen ok nice ich habe überlebt der hat kein schwert glaube ich oh nice floh geschafft oh mein gott und blurry oh nein ach das bist du also ich hier hier ich habe auch nochmal ok nice hol den bogen hol den bogen vor allem nehmen wir jetzt erstmal die mitte komm ich habe schon einen bogen ok ja locker die kommen die kommen die kommen die kommen in die mitte ab sofort was war das schon für ein satz ich habe vor allem nicht ach der hat nichts ach armer junge der versteckt sich da aber der hat einen rückschuss ich habe mich schon gewundert weil der hin ist ich gehe mal nach oben ach ich dachte wir wollen zwei gold einfach ich dachte wir wollen jetzt direkt zerspielen ach die haben einen bogen ne ja ja eben ach so ach so ach so na gut dann lassen wir sie erstmal da ich passe einfach auf deren weg auf und dann vielleicht ein aber ich möchte gerne in so einem tower sein ey ich habe freunde die ich nicht mal kenne oder oder der hat sich umbenommen ich mag den neuen hintergrund der sieht nice aus aber später ist quasi ja geil tom da noch ein schrank und ja da unten ist mein bett da aber YOLO 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 der bogen will gerade in die mitte schlechte idee mein freund schlechte idee noch ein schuss na gib mir bitte komm schon ach ich hasse bogen schießen ja ok ist tot ich habe auch die fallen weil ich habe ich auch die frage ist moment vielleicht hat er seinen bogen in die kiste getan das wäre eine taktik die man durchziehen könnte aber der läuft einfach nicht vorwärts wenn ich das denke ok ich hole mir gleich soll ich mir besten bogen holen das nützlich wenn wir nur noch ein team haben ne glaube ich nicht ich glaube vor allem ist es nützlich ein eisenschwert und eine enderperle enderperle ist glaube ich das sinnvollste ja stärke stärke braucht man eigentlich noch nicht mal wenn wir beide eisenschwerte haben aber enderperle ist erstmal das wichtigste und halt ein eisenschwert um den der pferde 13 ich brauch nur noch 5 gold da oben wird wieder gold liegen auf dieser plattform wie ich jetzt schon mal abbrechen war okay ich habe schon mal wieder ein bisschen panik gemacht ja auf jeden fall morgen kommt gta raus für uns für euch wird es schon draußen sein weil ich das morgen hochlade und ja wir werden das auf jeden fall jetzt playen und ach der bogen ist noch da okay da freuen wir uns schon mega drauf wir werden da auch bestimmt ne gang machen für unseren youtube kanal und wenn ihr euch auch gta5 pc holt könnt ihr dieser gang gerne joinen nicht wahr Flo? Moment sag mal an du hattest nen aussetzer wir werden da ja ne gang machen denke ich ja und dann können unsere youtube freunde hier uns ja gerne joinen in der gang und dann können wir zusammen zocken oh ja oh ja zwei enderperlen ne das ist richtig oh ja gold hat genau gepasst ich hätte auch eine gerecht die man oben aus bett wird weil die beide vorrücken aber okay dann haben wir halt zwei macht auch nichts kann 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 nur besser werden Flo, komm beeil dich die bauen da grad zum bunker die sind richtig behindert ja okay was blödchen anderes übrig warte ich komm runter hua hast du den ninja sprung gesehen? hier hinter dir instant behind you ich hätte das hier kurz die bohren ja einen aber den wir können ihn jetzt ganz Flo, enderperlen rüber wir können ihn jetzt so leicht austricksen ja 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 und dann oben aufs bett werfen hat das ist ja klar wir klopfen uns einfach ums bett keine juckt die anderen und man hätte natürlich auch ins wasser springen können aber es wäre klug gewesen oder wir dürfen trotzdem die stern jetzt nicht überraschtig werden ja ich mein runter geschlagen der ist so gut wie tot der ist so gut wie tot du arsch ja glück gehabt ja leute das war doch eine feine runde zum wiederauftakt ja ich fand es toll oder das ist übrigens neue skin den habt ihr noch gar nicht gesehen glaube ich hallo fluss neues geht hallo ich experimentiere da gerade nicht so gut ja ok leute wenn es euch gefallen hat dann lasst doch eine positive bewertung her schreibt mal wie es euch gefällt wenn wir jetzt wieder mehrere videos zusammen machen weil jetzt werden ja projekte kommen mit flori und mir und vielleicht auch noch ein paar anderen leuten manchmal und natürlich denke ich wollen wir auch ever in life machen mit tobi flori und mir und das heißt wir werden wieder ein bisschen mehr ach und mein kopf wird natürlich auch noch nebenbei weitergemacht das ist ja selbstverständlich das heißt wir werden jetzt erst mal mehr projekte haben und halt so auch vielleicht mehr von euch ansprechen und es wird wieder viel mehr zusammen kommen was mir dann auch mehr spaß macht also das hat und euch denke ich mal auch und ja also dann das einfach eine positive wertung da schreibt mir in die kommentare wie es euch gefällt ja ok wie ihr es findet dass wir jetzt mehr wieder zusammen machen und halt andere projekte und falls ihr sonst noch irgendwas zu sagen habt könnt ihr es natürlich auch in die kommentare schreiben dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal abonniert um nichts zu verpassen haut da rein und tschüss